Ja, Hallihallöle zum zweiten Video von mir mit Red Dead Redemption Undead Nightmare Jetzt habe ich gelernt Letztes mal habe ich das zu früh gesagt Und jetzt... Was? Neue Spieler... Speicherdate erstellen Neue Spieler erstellen Fortfahren oder was? Ja, fortfahren Ja, und wir fangen alles neu an Wir haben letztes mal ja gespielt und Da wussten wir nicht was wir machen sollen Habe ich eine Frau mit dem Lasso eingefangen Also versucht Da waren keine Frauen Waren nur Männer Ja, und dann machen wir jetzt mal hier Schöne Mission Ne? Aber wir müssen jetzt die Klappe halten Ne? Die Liebe in den Zeiten Der Klage Okay, aber wer liebt wen? Die Zombies dich oder du deine Mutter Die Zombies dein Fleisch Ja Achja Das hört man glaube ich jetzt auch, ne? Ja, das glaube ich jetzt auch Aber das gucken wir gleich nicht Da Ja Okay, Klappe halten Sollen wir das auf Deutsch sagen? Ähm... Ich hab keine Lust Okay Legt Horsten erwartungsvoll in die Zukunft Als er eines abends nach Hause fährt Achtetel Wegt Ja, wägt er ab Und so Er ist ein Mann, der für alles gewappnet ist Gewappnet ist Fast alles Hahahaha Das stand da nicht, aber trotzdem Hahahaha Rockstar Games Präsentiert Ein Spiel Für Rockstar San Diego Produktion Okay Es ist Englisch, aber ich sag auf Deutsch Aber egal So Türk Typisch Deutsch Red Dead Redemption Undead Nightmare Ja, jetzt können wir nochmal Hallo sagen Willkommen Klapp halten Und zuhören Naja, das Video wird jetzt kommen Achja Verdammt Mutter Verzeihung Ich wollte sagen Verdammt Seid ihr So schreckliche Fäck dich Ey Sollen wir das Leben einmachen? Ja, ich hab nur Lust Kann man doch denn Im Leben, ja Nein Nein Achja, hier ist der Xenoch an der Kamera Was? Ich hab mich vergessen vorzustellen Ah, ja Der Xenoch ist auch wieder dabei Oh, mit Labern da rein Den hat er im Tritt gegeben Schuh runter Schuh runter Har du das? Hab ich schon gesagt Nein, das ist ein Sohn, ja Ähm, das ist Oh, ist geschlossen Ja. Ich hoffe so. Well, that old man could take care of himself. I know. Just a funny feeling I got. You called psychic, Bob? Either that or I hate something funny. Knowing your mother's cooking seems more than likely. Well, talking about food, who's ready for support? I, I have 2200. I am starving. What did you read? Is there something to talk about monsters? Tell me about it. And now it goes like that. Yeah. Well, it's all about, in ancient times, how Aztec warriors worship the sun. But during full moons, someone worship the moon instead. And upset the equilibrium effects. So anyway. Can we do it again? Nope. I don't think so. I don't think so. I don't think so. You've gone too far this time! Huh? She's been bitten. Oh, yeah. One of those that you have done. Yeah. Abigail. I can't believe I had to kill that poor bastard I was. Well. You okay, darling? You okay? Abigail! Abigail. 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 Du bist da, Vera! Du machst mir jetzt keine Wetter! Komm hol da! Der weiß wohl wie sofort was zu tun ist! Einfangen! Wir sollten doch da bleiben oder nicht? Achso ich muss das machen! Ja nie! Ich muss das machen! Und der verfolgt den Hund da, Junge! Warum denn da? Hast du das gesehen, der verfolgt den Hund? Wo ist der? Da! Oh, Harry kann du jetzt! Du bist ein Little! Oh! Kann ich dich nicht fett sein? Hey, leck mich doch! Das ist losgebunden! Jetzt! Wow! Denkst du jetzt, ob du dich benehmen kannst? Junge! Scheiße! Jesus, wie du lautest dich so! Ich glaub es! Ich glaub wir können gar nicht mal richtig spielen! Also die Vorgeschichte... Hab ich jetzt übersprungen! Sorry! Ich bin einfach nur... Ich möchte unbedingt facken! Ja, ich wacke ihn immer mit den Beinen sofort! Schluck! Den... Fleisch frissel! Nimm das! Nicht mehr! Ich kann's auch noch was tun! Ach, ich glaub das Mut verlässt! Ja, das ist jetzt Fleisch oder Brot! Ich glaub das ist klein! Ja, ich glaub das ist... Abagad! Teach this boy right from wrong! Ja, sie sorgt dafür, dass der Sohn nicht auf die schiefe Bank geht! Hört auf Leute zu beißen! Hört auf Leute zu beißen! Ja, die sind nicht klug! Ja, die sind nicht klug! Wie viele Zombies gibt denn jetzt eigentlich mit? Jetzt müssen wir einen Arzt suchen! Aber hier sind doch alles Zombies! Und da sag ich mal richtigen Hallo! Da sag ich mal, hab ich ein Pferd! Ja, hab ich! Aber kein Untotes! Das kann man doch nicht sagen! Ach, scheiß ich muss mich kurz zu tun! Ach! Sollen wir das weg tun? Was ist das Video? Oder? Keine Ahnung! Also weil das der Anfang! Ja! Machen wir vielleicht sofort danach wir weiter ein Video! Ja, genau! Ja, äh, sollen wir hier aufhören? Dann können wir hier aufhören! Ja, okay! Dann werden wir gleich richtig spielen! Machen wir sofort ein neues Video! Also bis dann wartet! Ihr müsst mich sehen! Also, ey, guck hier rein! Guck hier rein! Guck hier rein! Junge! Junge! Okay, sagen wir einfach Schiss! Das fährt Punkt 3 und das zählt! Ciao! Ciao!